Musik Ahoi! Heute nehmen wir euch mit auf die Lenne, die Chris und ich an einem kalten, aber sonnigen Tag Ende Februar von Altena bis Hohen Limburg auf einer Strecke von ca. 19 km befahren haben. Zahlreiche knackige Schwalzstrecken, einige befahrbare Wehre und vor allem der Wildwasserslalomkanal in Hohen Limburg machen die Lenne zu einem ausgesprochen unterhaltsamen Fluss. Die Lenne ist ein 129 km langer Nebenfluss der Ruhr und deren Wasserreichster Zufluss. Sie entspringt im Hochsauerland am Kahlen Asten auf 825 m Höhe und überwindet auf ihrem Lauf bis zur Mündung in die Ruhr einen Höhenunterschied von 728 m. Dieses Gefälle verspricht eine schnelle Strömung und interessante Schwalzstrecken. Wir lassen das Auto in Hohen Limburg stehen und fahren mit dem Zug nach Altena, wo wir unsere heutige Lennebefahrung bei Flusskilometer 28 starten. Die kleine Stadt wurde vom Hochwasser im Juli 2021 schwer getroffen, wie ebenfalls einige andere Orte entlang der Lenne. Vom Bahnhof aus bequeren wir die Lenne und steigen unter der interessierten Beobachtung einiger Passanten über das Geländer am Fluss. Auf einer Kiesbank bauen wir dann unsere Boote auf. Gleich nach dem Start erfasst uns eine zügige Strömung, die das Paddeln sehr angenehm macht. Auch landschaftlich ist die Lenne, die sich mit zahlreichen Schlingen durch das Mittelgebirge windet, vielerorts sehr ansprechend, auch wenn ihre Ufer abstützweise relativ dicht besiedelt sind. Landschaftlich besonders beeindruckend ist die enge Flussschlinge hinter Altena, auch weil die Straße und die Eisenbahn das enge Tal auf ca. 2 Kilometern verlassen. Ich muss allerdings kurz anlegen, um meine neue Sitzkonstruktion mit dem aufblasbaren Sitz aus dem Grafen Escape noch zu optimieren und mein Boot in dem kalten Wasser noch etwas nachzupumpen. Das hält sich so lange mit einigen Trainings-Fahrmanövern warm. Bei Flusskilometer 25 teilt sich der Fluss in zwei Arme und wir erreichen das erste Wehr. Der rechte Arm ist nicht befahrbar, hier also auf jeden Fall links bleiben. Wir schauen uns das flache, aber etwas steinige Wehr am linken Arm vom Boot aus an und fahren es dann mittig im Unter. Auch wenn einige frühere Wehre inzwischen abgebaut wurden, ist die Lände leider immer noch an vielen Stellen zur Stromerzeugung aufgestaunt, was sich für eine durchgehende mehrtägige Befahrung weniger attraktiv macht. Einzelne Abschnitte sind dagegen wassertechnisch spannend und landschaftlich attraktiv. So etwa der Oberlauf zwischen Schwallenberg und Altenbundem, sowie der von uns befahrene Abschnitt im Mittel- und Unterlauf von Altena bis Honigenburg. Allerdings ist ein guter Pegelstand angeraten, weil zwischen Altena und Lecknate zur Stromgewinnung viel Wasser abgeleitet wird. Mit unserem heutigen Pegelstand in Altena von 136 cm haben wir damit aber keine Probleme. Und auch die Wehre sind mit einer einzigen Ausnahme damit gut zu befahren. Und auch die Wehre sind mit einer einzigen Ausnahme damit gut zu befahren. Und auch die Wehre sind mit einer einzigen Ausnahme damit gut zu befahren. Die Landschaft vor und die Ortsdurchfahrt durch nach Rot wirken sehr idyllisch. Kurz danach folgt der Kilometer 19 aber das unangenehmste der Wehre. Es ist auf der linken Seite zwar grundsätzlich befahrbar, aber sehr flach und nur von wenig Wasser überflossen. Die prinzipiell ebenfalls fahrbare Fischtreppe ist um einen querliegenden Armstamm versperrt. Nach einigen Überlegen will es Chris probieren. Das Ganze sieht auch nicht sehr elegant und vor allem nach hohem Materialverschleiß aus. Chris kommt zwar letztlich heil das Wehre hinunter, aber ich erspare mir dann doch lieber das eher spaßfreie Gerutsche und umtrage brav. Nur einen halben Kilometer weiter folgt dann schon das nächste Wehr, das sich über die Fischtreppe auf der linken Seite aber gut befahren lässt. Da die Durchfahrt frei aussieht, verzichten wir auf eine Besichtigung von Land aus. Da die Durchfahrt frei aussieht, verzichten wir auf eine Besichtigung von Land aus. Da die Durchfahrt frei aussieht,ezichten wir auf eine Besetzung von Land aus. Da die Durchfahrt frei geht. Dezichten wir auf den Weg�ern. Ab hier ist die Sommerstrecke, hier braucht man nur noch 60 Zentimeter. Am rechten Ufer entlang des Thyssenkruppwerks am Ortsanfang von Hohenlimburg scheint das Urgebiet dann plötzlich schon sehr nah. Das wieder kurz vor der Eisenbahnbrücke in Hohenlimburg. Bei Flusskilometer 11 lässt sich bei unserem heutigen Wasserstand auf der rechten Seite unkompliziert befahren. Mitten im Stadtgebiet von Hohenlimburg sehen wir einige Nutrias, die hier offenbar regelrecht angefüttert werden und ihre natürliche Scheu vor Menschen fast vollständig abgelegt haben. Und der ist im hellbrauen Wintergleich. Ja, ja, hab ich auch gesehen. Der ist dunkel, der andere war hell. Der da hinten sitzt im Baum. Kurz danach versperrt rechts an Stellwehr den Weg. Aber auf der linken Flussseite folgt vor dem Ende unserer Tour noch ein weiterer Höhepunkt. Der Wildwasserpark bzw. Wildwasserkanal von Hohenlimburg, der ein Leistungszentrum für den Kanusport ist und auf dem regelmäßig Meisterschaften und Kanuslalon ausgetragen werden. Er kann, solange man die trainierenden Sportler nicht stört, kostenlos durchfahren werden. Als wir ankommen, befährt gerade eine Gruppe von Wildwassergranuten mit Zeitmessung die Strecke. Deshalb müssen wir ca. 20 Minuten warten und können uns die Strecke schon mal vom Ufer aus in Ruhe anschauen. So elegant wie bei den Könnern in ihren Slalombooten wird es bei uns zwar nicht aussehen und wir werden auch die meisten Slalomtore verpassen, aber wir sind uns trotzdem sicher, dass wir mit unseren Gummienten da auch runterkommen. Im Vergleich zu den eleganten Slalombooten hüpfen unsere Sphinx wie Korken über das Wasser, aber es klappt. Wenn es so viel Spaß gemacht hat, fahren wir unsere Boote wieder hoch zum Einstieg und wir fahren die Strecke gleich noch ein zweites und ein drittes Mal. Danach packen wir zufrieden unsere Boote ein und fahren glücklich wieder nach Hause. Die Lenne wird uns vermutlich nicht das letzte Mal gesehen haben. Damit für heute Ciao und vielleicht bis zum nächsten Mal. Euer Turbo. Ich zeige euch. Be�리 unsere Bele Wach Noe ist trotzdem nicht das letzte Mal. Kloppen wir die Brüder in die Waagee. Alle Zutaten sehen Ihnen ganz schön gut. Vielen Dank.